Hallo zusammen, Thomas hier. Heute endlich auch mein Review zum Viltrox 75mm mit Anfangsblende 1.2. Ich hatte eigentlich vor, das Objektiv in Venedig dabei zu haben und da das Review zu machen, die Testfotos zu machen, hat leider nicht geklappt. Es hat nicht mehr in den Fotorucksack gepasst. Aber heute gucken wir uns in aller Ausführlichkeit alle wesentlichen Aspekte an, die für so ein Objektiv relevant sind. Viltrox adressiert das Objektiv, soweit ich weiß, erstmalig ein Objektiv als Pro-Objektiv und da gucken wir uns natürlich heute an, wie Pro ist denn das Viltrox Pro 75mm mit Anfangsblende 1.2. Okay, der Preis ist schon mal sehr interessant mit 599 Euro, unverbindliche Preisempfehlung und da gibt es auch nichts Vergleichbares, mir bekanntes Vergleichbares für das Fuji X-Bajonet. Es gibt natürlich von Fuji das 56mm mit Anfangsblende 1.2, ist aber natürlich eine andere Brennweite und dann geht es weiter bei 90mm. Und da passt im Prinzip, wenn man denn das als Lücke sehen will, das Viltrox schön mitten rein. Und wir gucken uns natürlich unter anderem neben Schärfeleistung und anderer Dinge auch an, wie ist es denn um das Bokeh bestellt. Denn das ist ja ein Objektiv, wo man sicherlich gerne auch möglichst offenblendig fotografieren möchte. Und deswegen gucken wir uns heute in aller Ausführlichkeit an, einmal die Schärfeleistungsobjektivs über die ganzen Blendenbereiche. Wir gucken uns an, ist eine Vignetierung vorhanden und wenn ja und wo. Wie ist der Autofokus? Ist er schnell? Ist er treffsicher? Und ähnliche Dinge. Gibt es Focus Breathing, also einen Unterschied im Bildausschnitt, je nachdem auf welchen Bereich man fokussiert. Gibt es Bildfehler, sichtbare Bildfehler, chromatische Aberrationen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Wie sieht es aus mit Lensflares, Neudeutsch, beziehungsweise Deutsch-Lichtreflexen. Und natürlich, ich habe es gerade angesprochen, wir gucken uns an das Bokeh. Ganz wichtiger Hinweis, alle Fotos, alle Testaufnahmen, die wir uns angucken, habe ich selbstverständlich gemacht mit der neuen Fuji oder vergleichsweise neuen Fuji X-H2, Fuji X-D5 wäre das gleiche mit einem 40 Megapixel Sensor. Und das ist auch die einzig sinnvolle Art und Weise, wie ich finde, dieses Objektiv zu testen. Denn bei Fuji ist der neue und zukünftige Standard, heißt schlicht und ergreifend, was die Auflösung angeht, 40 Megapixel. Das ist ziemlich sinnfrei, eine alte Kamera zu nehmen, eine von den 16 Megapixel, 24 oder meinetwegen auch 26 Megapixel Kameras. Denn da kriegen wir keine Information, wie sieht es denn aus. Um die Zukunftsfähigkeit, kann ich das Objektiv, wenn ich mir vielleicht oder wenn ihr euch vielleicht später bei Fuji auch eine höherauflösende Kamera kauft, ist denn das Objektiv dann immer noch verwendbar? Dementsprechend habe ich meine Aufnahmen ausschließlich mit der Fuji X-H2 mit dem neuen hochauflösenden Sensor gemacht. Denn alle Objektive, die da jetzt rauskommen, egal von welchem Hersteller, müssen sich inzwischen an dem 40 Megapixel Sensor messen bzw. messen lassen. Eine Ausnahme, den Autofokus, die Autofokusgeschwindigkeit insbesondere, habe ich nicht mit der X-H2 gemacht. Da habe ich die X-H2S genommen, ganz einfach, weil die Kamera deutlich schneller ist. Und da haben wir dann kein zwingendes Limit durch die Kamera, sondern dann, wenn, wenn dann überhaupt durchs Objektiv. Und letzter Hinweis noch zu dem Versuchsaufbau. Alles, was wir uns nachher angucken in Lightroom, ist vollständig ohne Korrekturen. Ich habe die chromatischen Aberrationen nicht drin, die Korrektur derselben nicht drin. Ich habe keine Vegetierungskorrekturen. Ich habe auch kein Profil anwenden lassen, damit wir uns einfach angucken können, wie sieht denn das aus, was möglichst unverfälscht aus der Kamera rauskommt. Und noch einen letzten Aspekt. Nö, das war es eigentlich. Dann können wir uns jetzt in aller Ausführlichkeit dem neuen Objektiv widmen. Fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an. Dann ein 75mm Objektiv, selbst für APS-C mit einer Anfangsblende von 1.2, das kann kein leichtes Objektiv sein. Und das kann auch kein kleines Objektiv sein. Das geht physikalisch nicht. Und wenn wir uns jetzt mal die beiden Objektive vergleichen, das ist das, ich sage mal, ältere, Wildrocks 85mm mit Anfangsblende 1.8, zudem 1.2 mit 75mm. Nur, ich würde sagen, so sehr viel nehmen die sich nicht mehr. Allerdings, das hier ist doch gefühlt und auch auf der Waage um einige schwerer. Das Wildrocksobjektiv wiegt 670 Gramm. Das muss man wissen, das muss man wollen. Aber ich denke, wenn man so ein Objektiv hat, weiß man, dass man da kein übermäßiges Leichtgewicht bekommt. Was wir auch haben, im Gegensatz zu vielen Wildrocksobjektiven, dazu gehört das 85er eben auch, wir bekommen unter anderem jetzt endlich einen schönen Blendenring, der auch sehr sauber, sehr präzise in Drittelschritten einrastet. Auch fühlbar, sodass man merkt, da ist ein Drittel, da ist ein Drittel. Und was ja auch, was das Objektiv oder der Blendenring auch tut, er rastet auch schön satt und kräftig in der A-Stellung ein, sodass wir, wenn wir die Blende über die Kamera steuern wollen, laufen wir, war bei mir bisher jedenfalls bei der Verwendung des Objektivs nicht der Fall, nicht Gefahr, dass man dann gegen den Blendenring gekommen ist und hat man den doch wieder verstellt und dann wundert man sich, was man da für eine Blende eingestellt hat, weil die nämlich inzwischen manuell übersteuert wurde. Das passt auch so gut. Wir haben zwar keinen Schalter, mit dem wir das einstellen können, aber das arretiert relativ kräftig, sodass ich das eigentlich vollkommen ausreichend finde. Wir haben, wenn ich das richtig sehe, für ein Viltrox-Objektiv, zumindest für Fuji, zum ersten Mal einen AF-MF-Umschalter, sodass wir das nicht mehr zwingend über das Gehäuse machen müssen, können, sondern wir können das auch über das Objektiv machen. Wenngleich der Schalter, insbesondere bei der Fuji-Kamera, sitzt da hier unten auch schön zugänglich, also von daher ist das jetzt kein großes Ding, aber es stört auf jeden Fall nicht, ist eine zusätzliche Funktion. Wie bei allen Viltrox-Objektiven, die mir bekannt sind, ist das Objektiv sehr wertig gebaut. Es ist fast vollständig aus Metall, natürlich ein bisschen Glas ist auch drin. Den wundert es. Relativ viel Glas drin, aber der Rest, der ganze Tubus ist aus Metall und damit ist er sehr stabil, sehr wertig und das lässt sich auch alles sehr leicht bedienen. Der Autofokus oder der Fokusring läuft schön weich, aber er ist nicht so lose, dass man, wenn man dagegen kommt, sofort den Fokus verstellt hat, wenn man den manuell fokussieren möchte. Also ich finde, das ist wie immer bei Viltrox sehr gut gelöst. Blendenring hatten wir schon und die Streulichtblende ist wie seit einigen Jahren bei Viltrox nicht mehr aus Metall, sondern sie ist aus Kunststoff. Kann man gut oder schlecht finden, Metall hält länger, macht das Ganze aber noch schwerer. Fakt ist auf jeden Fall, der Blendenring, der Streulichtblende, nicht der Blendenring, der Streulichtblende, der, die Streulichtblende, ist aus Kunststoff. Noch ein letzter wichtiger Aspekt, dieses Objektiv ist nicht stabilisiert. Ich glaube, es gibt auch keine Viltrox-Objektive, die eine interne Bildstabilisierung haben. Ich glaube, so weit sind die da noch nicht. Das wird sicherlich in den nächsten Jahren kommen, aber Stand heute ist das nicht der Fall. Allerdings haben wir mit den aktuelleren Fuji-Kameras bis runter zu X-T4 und ich glaube auch X-S. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, die X-T4 hat auch eine interne Bildstabilisierung. Die neueren Kameras sowieso inzwischen alle. Die X-T5, die X-T und die X-H2 Kameras, sodass man da auf jeden Fall eine Stabilisierung hat. Aber man hat kein Zusammenspiel zwischen den beiden und kann vielleicht nicht ganz so lange aus der Hand fotografieren. Für mich ist das kein relevantes Thema. Ich nehme es gerne mal schon vorweg. Der Autofokus des Viltrox-Objektivs ist nicht unbedingt der schnellste. Für meinen Test, den ich euch jetzt parallel einblende, habe ich mal fokussiert auf ein Objekt, das ist etwa 1,50 Meter von der Kamera entfernt und dann das entfernte Objekt ist etwa 20 Meter entfernt. Und da könnt ihr sehen, dass es etwas länger dauert, bis das Objektiv fokussiert. Oben links in der Ecke blende ich euch dann auch temporär die Frames an, also die einzelnen Bildsequenzen oder einzelnen Bilder des Videos. Und im Mittel komme ich auf eine Fokussiergeschwindigkeit von etwa 30 bis 32, 33 Frames. Das entspricht bei einer Bildwiederholrate, so wie ich das Video aufgenommen habe, von 29,97 Bildern pro Sekunde. Etwa einer Sekunde. Das heißt, die Fokussiergeschwindigkeit des Objektivs liegt bei plus minus einer Sekunde bei dem gewählten Versuchsaufbau. Das ist wie gesagt nicht das schnellste. Ich habe das Ganze ja auch mal getestet mit meinem neuesten Fuji-Objektiv oder einem der neueren, die ich mir zuletzt gekauft hatte, dem 23 Millimeter mit Anfangsblende 1.4, dem Fuji-Objektiv. Das hatte eine Fokussiergeschwindigkeit der X-H2S von 7 Frames, also einem Bruchteil einer Sekunde. Was wir auch sehen, das Objektiv neigt beim Fokussieren zu einem leichten Pumpen. Das heißt, es trifft offensichtlich schon den Bereich, scheint sich aber nie sicher zu sein, setzt nochmal den Fokus wieder ein bisschen zurück, um nochmal ran zu fokussieren. Dadurch ergibt sich so eine leichte Pumpbewegung. Der Fokus ist auf jeden Fall in allen Fällen, wo ich ihn getestet habe, treffsicher, aber er braucht eben ein bisschen länger. Das Zweite, was mir auch aufgefallen ist, ist ein durchaus auffälliges, gut sichtbares Fokus-Breathing. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz erklärt. Fokus-Breathing zeigt uns, ob es einen Unterschied im Bildausschnitt gibt, je nachdem wie und wohin wir fokussieren. Im Idealfall gibt es gar kein Fokus-Breathing, das heißt, der Bildausschnitt bleibt der gleiche und damit kann sich ja rein theoretisch sogar die Brennweite verändern. Bei dem Wilddrucks-Objektiv ist das Fokus-Breathing, wie ich finde, durchaus gut sichtbar ausgeprägt. Ob man das jetzt als Problem empfindet für das, wie man fotografiert, das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber ich denke, das ist eine wichtige Information, die ihr auf jeden Fall wissen solltet, wenn ihr euch für das Objektiv interessiert. Die Schärfeleistung gucken wir uns wie gewohnt einmal anhand des Backsteinband-Testes an, den wir hier oben haben und anhand einer ganz normalen, echten Aufnahme, die ich wie gewohnt auf Zollverein gemacht habe. Die erste Aufnahme des Backsteinband-Testes, da gucken wir uns die Reihe an, beginnend mit Blende 1.2 und das ist jetzt die Aufnahme. Wenn wir aber vorher nochmal in die Übersicht gehen, dann sehen wir, dass wir eine doch gut sichtbare Vignetierung bei Blende 1.2 haben, noch eine leichte Vignetierung hier in den Randbereichen bei Blende 1.8 und ab Blende 2.8 verliert sich das, wie ich finde, sichtbar. Gut, gucken wir uns mal die Schärfeleistung an, der Aufnahme bei Blende 1.2 bei Offenblende. Klicken wir erstmal in die Mitte, da sind die Objektive in der Regel alle sehr gut auskorrigiert, das sieht schon mal sehr schön scharf aus. Und wenn wir in die Ecke gehen, dann sehen wir, dass auch da die Schärfe fast kaum, zumindest sichtbar im Foto, nachlässt. So ganz leicht geht sie verloren, so ein ganz bisschen schwächelt das Objektiv da, aber bei Offenblende 1.2 ist das eins der ganz wenigen Objektive, die ich bei so einer Offenblende gesehen habe, die so eine hervorragende Schärfeleistung haben. Dann auch noch bei dem Preis. Gehen wir auf Blende 1.8 und sehen wir, dass die Vignetierung ohne Korrektur sich schon weitestgehend verflüchtigt. Auch da gehen wir mal in die Mitte und da sehen wir, dass die Schärfeleistung nochmal um einiges zunimmt und wirklich dann auch eigentlich bis in die Ecke das Objektiv wirklich scharf ist. Und das können wir jetzt so weiter treiben und das Maximum oder die Blende, die noch hervorragende Schärfeleistung liefert, ist Blende 8. Das ist Blende 5.6 und da haben wir Blende 8. Dann gehen wir da auch nochmal in die Mitte. Da sehe ich jetzt keine wesentliche Veränderung gegenüber Blende 1.8. Auch da hervorragende Schärfeleistung bis in die Ecken. Und wo dann die Schärfeleistung langsam wieder anfängt abzunehmen, das können wir uns mal vergleichend angucken. Das ist dann Blende 8 auf der linken Seite, Blende 11 auf der rechten Seite. Dann sehen wir, dass die Aufnahme schon anfängt, ein bisschen unschärfer zu werden, dass wir da einfach dann die Beukungsunschärfen reinbekommen. Wenn wir das Ganze uns bei Blende 11 angucken, Blende 16 angucken, Blende 8 links, dann sehen wir, Blende 16 ist sicherlich eine Blende, die sollte man im Beutel im Objektiv, wenn es geht, vermeiden. Bei einem Objektiv mit einer Offenblende von 1.2 wird man wahrscheinlich aber auch mit Blende 16 eher selten arbeiten. Gucken wir uns das Ganze in einer realen Weltszene an, denn da fallen ja oft die Unschärfen, je nachdem wie stark oder weniger stark sie ausgeprägt sind, ohnehin nicht auf. Gerade wenn ihr das Objektiv als Porträtobjektiv nutzt, dann geht es wahrscheinlich überwiegend sowieso in die Bildmitte. Da haben wir gesehen, ist ja das Objektiv fast durchgehend mit einer sehr guten Bildschärfe ausgestattet. Das ist also eine Szene mit sehr viel Feinstruktur hier auf Zollverein. Und man kann sehen, Blende 1, 2, dass die Schärfeleistung auch hier sich als sehr, sehr gut erweist. Und wenn das hier in den Ecken, wie gesagt, ein ganz kleines bisschen verliert, dann sieht man das kaum. Und auch in den Feinstrukturen, das wird alles wunderbar auch mit dem 40 Megapixel-Sensor der Fuji X-H2 aufgelöst. Ja, und das ganze Spiel kann wir jetzt weiterspielen. Wir sehen auch hier, dass die Wignettierung sich von 1, 2 zu 1, 8 sehr stark verliert. Und ansonsten geht das Ganze durch. Und ich denke, sehr viel mehr brauchen wir uns nicht angucken. Super schärfe Leistung des Objektivs. Zur Beurteilung möglicher Bildfehler habe ich einfach eine ganze Reihe Aufnahmen gemacht, um wirklich auch mal Bildfehler zu provozieren, was jetzt nicht so einfach war. In den meisten Fällen sieht man diese Lichtreflexe nicht. Also ich musste mir schon sehr viel Mühe geben, dass man die wirklich ins Bild bekommt. Und wenn man sie denn sieht, gucken wir uns mal eine Aufnahme an, dann können die so aussehen. Hier die Sonne als Lichtquelle, dann haben wir sowas oder je nachdem, wie man es trifft, auch sowas Längeres. Wir haben noch einen Sensorfleck, aber da kann das Objektiv nichts dafür. Das sind also so die Lichtreflexe, die auftreten können. Aber ich sage mal, in geschätzt 95 plus minus Prozent der Fälle überhaupt nicht auftreten werden. Und weil wir hier eine schöne kontrastreiche Gegenlichtsituation haben, die ich gebraucht habe, um diese Reflexe zu provozieren, können wir uns auch gleich, gucken wir uns mal die Aufnahme an, anschauen, wie sieht es denn mit möglichen chromatischen Aberrationen aus. Und wenn wir uns jetzt das hier anschauen, ich muss sagen, ich sehe keine. Und auch hier nochmal der Hinweis, ich habe da nichts korrigiert. Chromatische Aberrationen sind nicht korrigiert, Profilkorrekturen sind nicht korrigiert, obwohl es eine Profilkorrektur gibt, die jetzt gar nicht eingeschaltet ist. Aber das brauchen wir ja auch gar nicht. Chromatische Aberrationen, jetzt haben wir hier gerade Blende 4.0, haben wir keine, haben wir noch eine andere Blende bei Blende 5.6, haben wir das noch ein bisschen heller bei Blende 8 und bei Blende 11. Dann fangen wir mit 5.6 nochmal ganz kurz an. Auch hier sehe ich keine chromatischen Aberrationen, wobei bei 5.6 beim Fokussieren ist ein größerer Teil auch schon wieder scharf, sodass wir die Unschärfesäume gar nicht haben. Aber da, wo es unscharf ist, sehe ich keine chromatischen Aberrationen. Und nochmal wiederholend, die Lichtreflexe sind da, ja, aber sie treten sehr, sehr selten auf. Kommen wir zum Bouquet. Wie ihr seht, habe ich dazu einmal meine Meinzelmännchen benutzt. Die habe ich in unterschiedlicher Tiefe gestaffelt hingestellt und das Ganze habe ich gestellt vor meinen 4K-Fernseher. Ja, und auf denen habe ich Bilder projiziert, die uns die Möglichkeit geben, das Bouquet schön und gut zu beurteilen. Und wir fangen an, diesmal von hinten bei Blende 16 und gehen mal bis Blende 1.2 durch. Und die Blende, die wir jeweils haben, seht ihr hier oben links, eingeblendet. Dann gehen wir mal schon mal bis Blende 5.6, Blende 4. Da wird das Ganze schon schön unscharf im Hintergrund. Und wir sehen auch, dass das Bouquet die unschärfe Elemente sehr schön weich sind, einen schönen weichen Verlauf haben. Was wir vor allen Dingen auch nicht haben, sind diese sogenannten Zwiebelringe. Dass man hier verschiedene Schärfesäume oder auch Helligkeitsabstufungen in den Unschärfebereichen sieht. Wir sind jetzt schon aktuell bei Blende 1.8 und die Kerzen lösen sich dann vollständig in Wohlgefallen auf bei Blende 1.2. Auch hier keine Zwiebelringe. Was wir gut sehen können, ist von 1.8 jetzt auf 1.2. Das ist typisch für solche Objektive. Ich habe noch keins gesehen mit so einer starken Offenblende. Das anders wäre, dass die Unschärfebereiche an den Rändern so eine linsenartige Form annehmen. Aber ansonsten, wenn man bei Blende 1.8 fotografiert, sind die auch schon wieder schön rund. Ist also vollkommen üblich für solche große Offenblende. Gucken wir uns noch ein zweites Beispiel an. Da habe ich mal ein Spinnennetz in den Hintergrund gestellt. Fangen wir aber auch da wieder an mit Blende 16. Dann sieht das Ganze so aus, weil man dann schön diese vielen Tropfen haben. Da kann man dann auch sehr schön sehen, wie sich das dann im Laufe der Blenden verändert. Blende 11, Blende 8, 5.6, Blende 4 und Blende 2.8, Blende 1.8. Da lösen sich dann die Strukturen wirklich vollends auf. Und das Ganze ist nur noch ein weißes Etwas. Und am Ende haben wir da noch Blende 1.2. Und da ist das Ganze einfach nur noch weich. Das Viltrox 75mm Objektiv mit Anfangsblende 2.1.2, das Autofuchs Objektiv, das neue, das Pro Objektiv, verdient seinen Namen Pro meines Erachtens zurecht. Es leistet sich fast, fast keine Schwächen. Hervorragende Schärfeleistung bereits bei Offenblende. Und das können nicht so sehr viele Objektive von sich behaupten. Ein sehr schönes, sehr weiches, cremiges Bouquet. Dafür auch die Offenblende 1.2. Und die vermeintlichen Bildfehler, die bei Objektiven auftreten können, wie Vignettierung, wie chromatische Aberrationen und wie Lichtreflexe, sind meines Erachtens überhaupt nicht der Rede wert. Wir haben uns das ja angeguckt und ich habe ja die Korrekturen in Lightroom alle gar nicht eingeschaltet. Und trotzdem war das wirklich alles sehr dezent im Hintergrund, wenn überhaupt sichtbar. Trotz allem müssen wir ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn es gibt zwei Dinge, die sind dann doch auffällig. Einmal, der Autofokus ist nicht zwingend der schnellste. Er braucht eine gute Sekunde, bis er dann irgendwann mal treffsicher sitzt. Treffsicher ist er, aber bis er dann wirklich auch den Fokus eingestellt hat, bis das Objektiv sauber fokussiert hat. Und das Focus Breathing ist meines Erachtens auch sehr gut sichtbar ausgeprägt. Wenn ihr keinen maximal schnellen Autofokus braucht für das, was ihr fotografiert und wenn euch das Focus Breathing keinen Sorgen bereitet, dann ist das Wildrufsobjektiv definitiv ein Objektiv und nicht nur wegen des Preises, das auf jeden Fall lohnt, dass ihr euch das genauer anguckt, wenn so ein Objektiv, so eine Brennweite für euch in Frage kommt.